Folge 79, wir sind kurz nach der letzten Folge schon wieder zurück im Studio für, ja eben, jetzt habe ich es gerade schon mal gesagt, Folge 79, aber das ist eine coole Zahl, hoi Owen. Ciao, ciao Luca. Ja, ich glaube, was ist jetzt drei Tage nach der letzten Aufnahme? Ja genau, Freitagabend sind wir noch da gewesen, jetzt ist Montagnachmittag. Für alle, die neu dabei sind oder irgendwie jetzt schon lange wieder dabei sind und es immer noch nicht gemacht haben, ich würde euch gerne wieder darauf hinweisen, wir wären mega froh, wenn ihr die 5 Sterne von uns da lassen würdet, auf Spotify, Apple. Wir sind ein bisschen wie ein Uber-Fahrer. Genau, wir brauchen das einfach, wir schreiben uns jetzt auch noch, dass wir die 5 Sterne nicht unbedingt brauchen, aber nein, nein, das hilft uns mega weiter und ja, Ad Insert Finished, da würde ich mal sagen. Tipptopp, ja nein, wenn wir gerade bei den Ads sind, eben gehen wir auf YouTube vorbei, schauen dort, da kommen amix die Folgen, auch wenn ihr jetzt uns beim Schweizer zuschauen wollt, im Moment gerade, oder auf Instagram oder wo auch immer. Fangen wir an, du würdest anfangen mit dem Match der Woche? Gerne, gerne, der Premier League Nerd hat wieder einmal einen Premier League Match dabei, ich konnte diese Woche wieder recht viel Fussball schauen, glücklicherweise. Das merke ich überhaupt nicht, dazu später mehr. Und ich habe jetzt, das Wochenende, glaube ich, den ersten Match, den ich geschaut habe, am Samstag, oder der zweite, Liverpool-Bermouth mitgenommen. Liverpool hat das Spiel mit 3 zu 1 gewonnen und mit einem recht, recht spannenden Mittelfeld, den ich gefunden habe. Seitdem ist es schon Kakpo, McAllister und Schoboslay bestanden, also wirklich mega offensiv. Und das Lustige war eben, dazu noch, sie sind mega früh, haben jetzt das Goal gekassiert, Liverpool, nämlich hat Bermouth in der dritten Minute 1-0 geschossen. Der Antoine Semeno, glaube ich, hat richtig, richtig geiles Goal geschossen, also Faden gerade abgezogen, so ein bisschen halbvolle, unten ins Eck und ja, ab dann hat eigentlich wirklich angefangen, Liverpool hat eigentlich wirklich das Spiel übernommen, immer voll am Drücker gewesen. Das hat dann damit geändert, dass Luis Diaz in der 27. Minute 1-1 geschossen hat, dann Salah mit dem Elfmeter, den er verschossen hat, aber nachher verwertet hat, den Nachschuss, das 2-1 geschossen, das 36. Und dann kurz daraufhin, ich glaube, Anfang der zweite Halbzeit, hat McAllister die direkt rote Karte kassiert. Meiner Meinung nach, ein bisschen halbverständlich, ich hätte es persönlich jetzt, glaube ich, nicht gegeben, aber er ist halt einfach zu hoch mit der offenen Sohle drin. Und dann habe ich gedacht, dass wir für dieses Spiel dann schon noch drehen können oder wenigstens Unterscheid rausholen können, aber so ist es dann nicht rausgekommen und dann hat der, wie ist es gewesen, der Diego, Cota, Cota, Canics 3-1 geschossen und das war dann auch das Ende des Tages. Spannend war vor allem, dass die ganze Front 3 von Liverpool jedes Goal geschossen hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Perf-Kombo jetzt, was sie gefunden haben, mit Cota, Salah und Diaz. Und vor allem der Diaz hat mich mega überzeugt. Aber auch auf Bournemouth Seite, also ich glaube, wir haben sie bei unserem Ranking oder bei unserer Premier League Vorschau, haben wir sie beide nicht irgendwie als Absteiger oder so eingereiht. Bist du sicher? Also Ian ist ziemlich sicher als Absteiger. Ich glaube nicht. Nein, dann ich nicht. Also in meiner Meinung nach haben wir das in diesem Spiel wieder gesehen, dass sie es auch mit den Grossen aufnehmen können und eigentlich recht gut auch spielerische Aufbauten in der Mannschaft haben. Darum, ich glaube, die sind da wirklich relativ im Mittelfeld das Antreffen Ende der Saison und wären glaube ich nicht gross gegen den Abstieg spielen. Wenn jetzt auf der Liverpooler Seite, jetzt mit vier Punkten aus zwei Spielen, das erste Spiel war das 1-1 gegen Chelsea. Die sind eigentlich relativ gut jetzt drei gestartet. Wir haben jetzt noch den Endo zwischenzeitlich verpflichtet gehabt, der Mittelfeldspieler von Stuttgart. Genau, 30 jetzt. Hat es drei übrigens. Ja, gut, ja. Völlig weird finde ich. Ich weiss nicht wieso, aber so als drei als Mittelfeldspieler ist schon noch speziell. Ja, jetzt ist halt ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, voll. Den kannst du als drei nehmen. Ja, ja. Ich bin halt so einer, der so, weisst du, das Beste, was ich am liebsten sehe, ist einfach die Startaufstellung von 1-11 ist und die klassischen Nummern so vergeben werden, wie sie auch vor 40 Jahren schon vergeben wurden, mit der zwei und drei Diener Verteidigung und so weiter und so weiter und so fort. Und dann müsste er sechs sein, nicht? Ja, sechs sein müsste er, genau. Das hat vielleicht schon irgendjemand. Ja, ich meine, bei Liverpool hat den McHallister 10 und er spielt auch als Sechser momentan. Also, die geben wirklich nichts auf die Regeln. Ähm, ja, aber nein, das war mein Match für die Woche. Eigentlich ein recht spannendes Spiel. Jetzt der zweite Matchtag der Premier League. Langsam gliedert es sich ein bisschen ein, zeigt sich, welche Mannschaften das Beste sind als andere, welche man vielleicht falsch eingeschätzt hat. Ähm, United. Jetzt, ähm, aber ja. Cool, cool ist ja zwei Spieltage und äh, recht viele Überraschungen und viele schöne Goale bis jetzt gegeben. Aber mein Match für die Woche wäre jetzt der Tag gewesen. Tipptopp. Ich habe, äh, angelehnt an dem Match noch etwas, was mir aufgefallen ist, wo die Saison im Transfermarkt so gewesen ist, wie es, glaube ich, fast noch nie gewesen ist. Nämlich, dass alle grossen Teams einen Run gemacht haben auf die gleiche Position. Mhm. Und zwar auf genau die sechster Position. Weil es halt kein Satz, genauso wie der Casemiro oder vor allem, in der letzten Folge haben wir auch kurz über das geredet. Und dann habe ich nur den Casemiro erwähnt und habe gemerkt, dass ich den Rodrin nicht erwähnt habe. Mhm. Wo ja eigentlich der Prototyp Sechser ist, wie im Moment alle wollen. Ja. Von der Weltbest, finde ich. Ja, genau. Und alle haben das im Guardiola-System gesehen, dass sie das gerne so hätten. Und ich finde es extrem krass. Also ich meine, Liverpool hätte jetzt einen 30-Jährigen von Stuttgart holen müssen. Mhm. Um irgendwie den Neid von einem Sechser in ihrem Kader noch irgendwie auszufüllen. Chelsea hat Romeo Lavia und Caicedo geholt. Mit Desaster. Ich habe das Spiel übrigens gestern auch geschaut. West Ham, Chelsea. Caicedo kommt rein. Verschuldet, ich glaube ich war es, einen Elfer. Ja. Und dann kommt dann noch 3-4 Feldpass an einem Ende. Und wirklich der schlechteste Start, den ich gesagt habe, seit langem war. Genau. Ähm. Nein, eben. Alle brauchen einen Sechser. Arsenal hat den absolute Jackpot getroffen und den Declan Rice bekommen. Ja. Wo ja so ziemlich der Allerbeste auf dieser Position im Moment halt gewesen ist, wo irgendwie einigermassen zu haben gewesen wäre. Ja. Bayern ist jetzt eben, da haben wir auch kurz, wann ist das? Ja, letztes Mal kurz darüber geredet. Von wegen, die brauchen auch noch jemanden. Und sie sagen selber, dass sie einen wollen. Mhm. Ähm. Und es hat aber niemand mehr rum. Ja, voll. Also weisst du, es hat kein Junge mehr, wo du das Gefühl hast, der ist eigentlich schon genug gut für die Rolle jetzt bei Bayern zu übernehmen. Voll. Sondern es hat irgendwelche alte Dudes vielleicht noch ein bisschen rum. Oder Junge, die noch ziemlich weit weg sind. Ja. Und was mir viel auffällt, ist, dass man vielleicht manchmal sogar einen Sechser hat, der einigermassen etwas kann. Aber einfach das Gleichgewicht nicht genug, also nicht gut ist im Mittelfeld. Also eben zum Beispiel jetzt, wenn jetzt bei Liverpool jetzt der Inder als Sechser starten würde, und dazu nachher irgendwie der Kakpo und, ähm, wer ist noch bei ihnen? Der Schoboslein würde spielen. Ich weiss nicht, ob das lange würde. Also weisst du, weil sie einfach zwei mega offensive Mittelfeldspieler haben und viele Sechser können das vielleicht dann gar nicht allein, um das ganze Mittelfeld allein zu regeln. wie jetzt in Rodri oder in Casamiro jetzt eben auch wirklich nicht wirklich momentan. Ähm, und ich glaube, es ist so eine Frage, willst du jetzt mega pressing Fussball spielen, oder willst du etwas defensiv sicher mit zwei Sechser spielen, aber dann spielst du vielleicht nicht mehr so, wie der Fussball es momentan verlangt. Also ich glaube, es ist so die Findungsphase zwischen welchen Spielstil du wirklich machen willst. Voll. Ja, eben, weil manchmal ist es dann, durch das, dass du vielleicht dann zwei Sechser spielen musst, bist du dann offensiv etwas eingeschränkter. Mhm. Ja, irgendwie, es gibt auch meiner Meinung nach nicht mehr so viel, ähm, so viele defensive Mittelfeldspieler, die nur einfach die Rolle spielen. Ja, super. Also es gibt eben auch der Reyes oder der Chaka letztes Jahr, haben ja, beide sind ja eigentlich Prototyp Sechser, Prototyp ZDM. Mhm. Und beide sind nachher irgendwie auf die Idee gekommen, weisst du was, ich pushe weiter vorne, ich spiele Achter. Mhm. Wieso auch immer. Also weisst du, und dann nachher so der Engolo Canté-Typ, der einfach hinten sitzt und nicht schiessen kann, wirklich. Mhm. Ähm, sondern einfach defensiv spielt. Da gibt es verdammt wenig. Ja, voll. Und, weisst du, was meine Vermutung ist, ich weiss nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, ich kann das nicht belegen oder so, aber ich habe manchmal auch das Gefühl auch, eben neben dem, dass ich immer Offensivspieler will, dass vielleicht auch Spieler so ein wenig erzogen werden, dass jede Position spielen können. Und durch das kannst du vielleicht einzelne Positionen weniger gut, sozusagen perfektionieren. Und vielleicht ist dann auch vieles Problem eben, dass vielleicht das eigentlich ein Sechser wärst, aber dann vielleicht schon früher eben jetzt auch mal als Mittelfeld, also als zentraler oder als offensiver Mittelfeldspieler, gebraucht wirst und dass dann wie das verloren geht, um einfach diese Sechserposition zu festigen zu können. Ja. Also eben, Declan Rice hat jetzt einfach das Glück gehabt, dass er bei West Ham den Nobel oder langsam ersetzen musste. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Sechser kommt, dann musst du das auch mal wagen, um den dann wirklich als alleinigen Sechser einzusetzen und nicht irgendwie einfach aussenverteidigen. oder vielleicht ist das auch ein bisschen die Schwierigkeit momentan. Das kann schon sein. Das kann definitiv sein. Was auch kann sein, ist, dass man sich nicht mehr getraut, um einfach ... Es hat doch immer wieder so Geschichten gegeben von ... von Innenverteidigern, die man nachher vorne gezogen hat. Ja, ja. Dass man halt eben so technisch versiert sein muss, als Mittelfeldspieler, egal ob vorne oder hinten, dass du ... Dass das eben auch irgendwie nicht mehr so gut möglich ist, diese Transition. Mhm. Ja, es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, das Ganze. Ähm ... Soll ich zu meinem Match der Woche kommen? Gerne, danke. Ähm ... Und ich muss jetzt das so ein bisschen erklären. Ich bin das Wochenende mit der U19 American Football Nation unterwegs gewesen. Sick, sick, sick. In einem Trainingscamp in Langenthal. Und ich muss sagen, ich hatte gar keine Zeit zum Fussball schauen. Ja, am Freitag sind wir ja noch da gewesen. Darum habe ich Bayern gegen Werder auch nicht so wirklich geschaut. Mhm. Bundesligastart. Samstag habe ich komplett verpasst. Also, du weißt, ich bin einfach ... Ja, keine Ahnung. Es ist ganz viel anders gelaufen. Mhm. Und dann am Sonntag eigentlich auch. Wir haben am Mittag nachher einen Match geschaut. Der ist dann am Schluss mein Match der Woche geworden. Ähm ... Ich bin nachher am Abend nach Hause gekommen. Am Abend irgendwie so um 9 Uhr. Mhm. Erst bin völlig fertig gewesen. Und habe dann den Fernseher eingestellt und habe gedacht, jetzt muss ich etwas schauen, einfach, dass ich noch einen Match der Woche habe. Und dann eben ... Es war schon 9.30 Uhr schon. Dann habe ich umgelacht, okay, was läuft. Ich habe mich für Betis Sevilla gegen Atletico Madrid entschieden. Und ... Ich weiss, dass ihr mindestens von meiner Seite einen entspannenden Fussballmatch erwartet beim Match der Woche. Danke, danke, danke. Ähm ... Und das ist 0-0 ausgegangen. Das war echt wack. Darum dachte ich, das kann ich jetzt fast nicht bringen. Ähm ... Darum ... Mein Match der Woche ist das WM-Finale der Frauen zwischen Spanien und England. Geil. Ähm ... Ich habe den Match richtig unterhaltsam gefunden. Ich habe vorher noch mit einem Kollegen geredet, der sagte, Er hat ihn mega nicht unterhaltsam gefunden. Aber das liegt sicher auch daran, weil ich habe den Match geschaut. Eben während dem Mittagessen das ganze Team, eben ... Äh ... Irgendwie 50 Leute sind dort im Raum gewesen. Mhm. Und neben mir zwei von den grössten Schweizer American Football Nachwuchshoffnigen. Der Lennox und der Dean. Mhm. Beides Spanier. Mhm. Ähm ... Und die sind richtig abgegangen. Und äh ... Vielleicht auch darum habe ich es recht unterhaltsam gefunden. Ähm ... Ähm ... Ist ein ... Riesenmatch gewesen. Ich glaube, man kann ... ... ziemlich fest so sagen, jetzt von den Knockout-Stages ... ... sicher die beiden besten Mannschaften von dem Turnier. Mhm. In der Gruppenphase eine ganz andere Geschichte. Da hätte Spanier eigentlich fast nicht einmal weiterkommen dürfen. Ähm ... Auf jeden Fall ist es dann die Olga Carmona, die Aussenverteidigerin gewesen, die in den 29. Minuten das 1-0 für Spanien geschossen hat. Spanien zum ersten Mal in einem WM-Finale. England glaube sogar auch. Sicher gewonnen haben sie beide noch nie. Äh ... Ja, es ist mega ... Geiler Abschluss. Geiler Abschluss. Ja, genau. Also, wie sie dann nachher trifft, ist echt gut. Ähm ... Ja, und dann ist es so ein bisschen ein ... Ja, nicht ein Abwarten gewesen, aber es ist so ein bisschen ... Niemand hat ... Entweder Spanien entscheidet das Spiel, oder England kommt wieder hin. Mhm. Es ist so hin und her, und es ist einfach ... Die beiden Spanier nehmen mir jedes Mal so ... Yes, 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 yes. Nein, 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 nein. Yes, yes, yes. Das war so lustig. Ähm ... Ja, dann gab es eine Penalty in der 66. Minute. Ein wahre Penalty, welcher für mich ein offensichtlicher Penalty war. Ich habe keine Ahnung, warum das die Scheizrichterin so lange umschauen war. Ähm ... Ja, Penalty für Spanien. Jennifer Hermoso, Mittelfeldspielerin von Atletico, die angelaufen ist, ist eine der routiniertesten Spanierinnen. und sie hat ihn miserabel verschossen. Mary Herbs hebt den Ball. England immer noch drinnen. Ja und es ist hin und her gegangen und ich habe es einfach echt cool gefunden und Spanien wird am Schluss für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. Spanien wird am Schluss Weltmeister gewinnt 1 zu 0 gegen England. Riesen Festivities im spanischen Dings. Ich weiss nicht wie gut das es wirklich ist für den spanischen Frauenfussball. Weil ich habe ja schon mehr darüber geredet, über die ganze Diskussion mit dem Trainer und so. Die sind jetzt wirklich bestätigt. Ja genau. Ihre Entscheidung. Ja genau. Der ist jetzt Weltmeister. Der hat jetzt alles richtig gemacht und alles was er gemacht hat ist super und die anderen 12 Spielerinnen die zu Hause sind die jetzt keine Medaille bekommen haben, obwohl sie wahrscheinlich fast alle eigentlich in dem Team dabei gewesen wären. Die sind jetzt halt in the wrong. Trotzdem echt cool gewesen. Abschluss von einer super tollen WM von beiden Seiten muss man sagen. Von den Spanierinnen vor allem. Ich bin gespannt was mit den Dings passiert. Mit der Parayuelo. Die ist jetzt doch eine von den besten Spielerinnen gewesen von dem Turnier und das obwohl sie erst wie jung ist sie irgendwie 18, 19 irgendwie sowas. Wird doch spannend zu sehen sein im Frauenfussballzirkus was mit so einem jungen Talent passiert. Woher dass sie wechseln wird. Weil in den letzten Jahren haben sich doch die Stärkenverhältnisse im Frauenfussball recht fest verändert. Ganz am Anfang Teams wie Turbinet Potsdam wo ganz ganz weit oben gewesen sind. Dann irgendwann Lyon jetzt sie ist bei Barcelona sie ist eine Jugendspielerin von Barcelona ob sie dort wird bleiben. Im Moment rein vom Geld her wahrscheinlich die Stärksten sind auch da jetzt endgültig England geworden. Ob sie zu City gehen zu Arsenal geht. Wird glaube ich echt noch ziemlich spannend zum gesehen sein. Ja voll. Ich habe auch noch krass gefunden nach dem Spiel Carmona die das Goal geschlossen hat. Nach dem Spiel erfahren dass ihr Vater einfach ich weiss nicht worum kurz vor dem Spiel oder während dem Spiel gestorben ist. Das habe ich auch noch heftig gefunden. Das ist so crazy. Die Gefühls in der Welt du bist völlig euphorisch und du bist in der VM und du erfährst das. Vielleicht bist du trotzdem noch happy. Das ist krass. Sie hat noch etwas herziges gesagt. Sie hat gesagt sie schon gemerkt dass ein Stern auf sie runter scheint. Crazy. Das ist so poetisch auch. was ist das andere gewesen? Ich weiss nicht ob wir schon jetzt zu dem kommen aber Gesamt WM Ich habe mir noch überlegt vor vier Jahren in Frankreich und und dort habe ich auch schon ein paar Spiele geschaut. Was mir jetzt aufgefallen ist ist der gewaltige Qualitätsunterschied bei den kleineren Mannschaften im Gegensatz zu vier Jahren. Ich finde die WM waren auch die kleinen Mannschaften um einiges besser. Der Spielfluss war so krass und sich so gut entwickelt in den letzten vier Jahren. Die Grossmannschaft ist natürlich nicht so einen riesen Unterschied zu früher. Nigeria oder Marokko war noch weiter. Kolumbien. Genau, so kleinere Mannschaften die Infrastruktur noch nicht hatten. Oder Förderung. Dass die WM geschafft haben, ist ein riesen Zeichen, dass der Frau Fussball einen Schritt richtig gemacht hat in den letzten vier Jahren und dass sich da immer mehr entwickelt. Darum hat die WM richtig Spass gemacht. Ich muss sagen, die Anspielzeiten sind leider nicht besonders ideal. Weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe und viele Matches nicht schauen konnte. Aber ich freue mich richtig über die nächste EM. Ja, voll. Da kann man sicher die ein oder andere Spiele besuchen. Und ich hoffe, dass es sich so weiterentwickelt. Weil je höher der Standort des Spiels, desto mehr wird sich dann auch entwickeln. Also ich freue mich richtig. Was ja auch recht krass ist, eben wenn man jetzt die Entwicklung vom Frauenfussball anschaut. Es sagt einiges über den Frauenfussball im Moment aus, dass zwei europäische Mannschaften im Final gestanden sind. Weil ja, haben doch am Anfang von den Weltmeisterschaften im Frauenfussball häufig die Amerikanerinnen zum einen und zum anderen Asiatinnen recht dominiert. Vor allem Japan. Oder Brasilien noch. Brasilien, genau. Das ist auch noch länger her. Ja, genau. Aber das sind so die ganz grossen Players gewesen. Ich finde, man merkt im internationalen Fussballrecht, wie sich der internationale Fussballleben verändert hat, seit die europäische Top-Teams im Männerfussball ernst gemacht haben und Frauenfussball in ihre Teams eingliedert haben. Also eben, dass Spanien Weltmeister wird, ist zu grossen Teilen zuzuschreiben, dass Barca, Real und Atletico Vollgas gegeben haben, wenn es darum geht, den Frauenfussball zu fördern. Und auch in der Premier League ist ja, das ist bei United hat vor knapp vier, fünf Jahren ich bin nicht ganz sicher, eine Frauenmunderschaft erst gegründet. Ich glaube, auch durch das die Engländerinnen sind nicht immer zu den Besten gehört, aber ich glaube, auch das fördern die Spieler, die vielleicht in England Fussball spielen können, die von einem anderen Land sind. Ja, Also, es hat doch fast in jedem Land irgendwelche, wo man sagen kann, ah ja, schau, ihr spielt bei City, die Lia Velti, die spielt bei Arsenal und so, ich glaube, das tut dem Frauenfussball sehr gut. Wird sicher eben spannend zu sein, eben in zwei Jahren, wenn die EM bei uns ist. Spanien natürlich als Weltmeister einer von den Top-Favoriten auf der EM-Titel, auch den England als Titelverteidigerin die sind auch und das EM-Sieger von der letzten EM-Sieger warum meine Titelverteidigerin und Holland, wo sich eher kränkt fühlt, um in zwei Turnieren hintereinander nicht mal im Finale zu stehen. Genauso Deutschland, irgendwann kommt Deutschland zurück, Schweden ist jetzt auch wieder, die sind dritte Wird eine ganz coole EM, habe ich das Gefühl. Dann von WM zu Schweizer Goebb, wenn man das so machen kann. Das Wochenende war Goebb Wochenende in der Schweiz. Es gab nicht grosse Überraschungen. Ich glaube, es gab knappe Spiele. V.a. wenn man die Superligisten anschaut. Ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel St. Gallen habe ich erwartet, dass sie höher gewinnen. Zürich hat jetzt einen mega überzeugt mit ihrem 2-0 gegen Red Star Zürich. Wint die nur 2-0 gegen Witzwil. Aber eben, das hat auch daran gelegen, dass viele die zweite oder dritte Garde starten durften. Aber ich wollte dich fragen, ich hoffe, jetzt haben Sie über jeden einzelnen Superligist und ihren Match reden, aber am liebsten würde ich gerade beim FC St. Gallen anfangen. Wie war das Spiel? Ich weiss, du hast nicht schauen, aber hast du 2-0 geändert? Es hat nicht 2-0 geändert. 2-1 sogar. Ja, wir sind 1-0 hinten. Der FC St. Gallen ist auf den FC Wittnau getroffen, für alle denen, die nichts sagen. Das ist im St. Gallen Rheital grenzt an Österreich direkt. Es ist etwa eine halbe Stunde von St. Gallen weg. Dementsprechend Rheital sind alles St. Gallen Fans. Da gibt es keine anderen Klubs, die in Frage kommen. Darum hat im Stadion auf dem Fussballplatz weit noch 6500 Leute gehabt. Das ist doch einigermassen überraschend. Riesenkurve von St. Gallen dort war, aber auch sonst hat extra noch Tribünen aufgestellt. Das war recht voll fest. Wittnau ging in Führung durch ein unglaubliches Goal. Und von dem, was ich gehört habe, ich muss sagen, ich habe weder zusammenfassend geschaut, noch viel vom Match. Ich habe die letzten 5 Minuten geschaut, weil mir der Kollege geschrieben hat, da kommen wir noch aus dem Gäbbus. Wittnau hat gut verteidigt, Wittnau hatte einen guten Goal und St. Gallen Stürmer haben gar nicht gefinisht. Durch das, dass Emanuela Delat sicher einen neuen Klub gefunden hat, da war noch eine Frage, ob er noch zurück kommt, er ist jetzt zu Middlesbrough gewechselt. Wir haben heute noch einen Ersatzstürmer, der Noah Donbasi an ein französisches Zweitligateam abgegeben. Was? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass noch ein Stürmer kommt, von wo auch immer. Ich weiss auch nicht, in welcher Stärkeklasse, ein Potential Starter ist oder einfach ein Depth Player. Weiss ich noch nicht so ganz, aber ich glaube, St. Gallen muss etwas machen, weil man vor der Saison ausgerufen hat, dass man zum einen nach Europa will und zum anderen in das Goebb-Final und den auch gewinnen will. Und dann musst du halt, du hast so Spiele unter der Woche, also die Goebb-Runden rutschen ja dann irgendwann unter die Woche, wo du deine zweite Garte laufen lassen, wohl oder übel, mindestens zum Teil. Das muss ja nicht hinterfragt werden. Das ist ja von den Spielen Moumy auch können warten, für das sind sie dran, um sich zu beweisen. Ja, Wenn man jetzt schaut, St. Gallen ist vor zwei Jahren, wo wir gegen Lugano gespielt haben, im Goebb-Final gewesen, ohne dass wir, bevor wir im Goebb-Final gewesen sind, je vorher gegen Superligist gespielt haben. Garouche sicher noch kann, Iver auch im Halbfinale und so genau dort, genau für das brauchst du deinen vierten und fünften Stürmer, die dann dann spielen sollen und dann auch unbedingt auch gut spielen, Goal schiessen sollen sich aufdrängen für höhere Aufgaben und was auch immer und wenn du das nicht hast respektive die Stürmer, die du hast, ihre Chance nicht nutzen, wenn du gegen die FC Wiednau spielst. Ja, hätte mir jetzt nicht so mega gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nein, finde ich komplett verständlich und ich finde, mich auch nicht ab erklären mit den Saison sondern eben, man hat schon Super League Spiele gemacht, wir müssten da eigentlich schon drin sein, darum, ja, mega verwunderlich, dass das nur mit zwei S geändert hat, aber sicher auch cool war für die Spiele des FC Wiednau, dass man so lange mit 1 und vorne bleiben Absolut, also es hat erstens mal lange vorne gewesen und also Wiednau hatte in der 88. Minute nochmal einen Abschluss gehabt, der locker das 2-1 hätte sein können. Crazy. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist wahrscheinlich die grösste Regel in einem Knockout-Turnier. Du musst einfach weiterkommen, der Rest ist logisch sagt man das eher, wenn man nur 2-1 gegen einen Fünftel ist, gewinnt. Aber es ist halt wirklich die goldige Regel, wenn du gewinnst, ist eigentlich ziemlich egal wie. Ja, voll. Ja, gewonnen, egal wie, hat auch dein Lieblingsverein in der Schweiz, der FC Zürich, und zwar auch in einem Regioduell gegen Red Star. Stadtduell. Statuell. Ja, es waren auch 6'700 Leute im Stadion, aber man hat im Lidzi gespielt, das hat dann auch die Zürichkurve kritisiert, wieso man im Lidzi spielte. Ich glaube, bei Red Star wäre es auch geil gewesen, bei ihnen, ich weiss gar nicht mehr, wo sie spielen, ich glaube, auf der Al-Mand, ich glaube, im Stadion. Also 2000 Plätze auch in den Lidzi. Das wäre auch sehr geil gewesen, dort mal zu spielen. Ich glaube, es wäre einfach mit, ich weiß gar nicht. Es wäre jetzt wahrscheinlich auch alles nur die Zürich-Fans. Ja. Weil ein paar Red Star-Spieler oder auch Fans sicher auch bei Zürich am Stadion sitzen. Aber jedenfalls hat der Goalt, der Ivan Santini, ich glaube, sein Level gefunden mit seinen zwei Goalen. Der erste Goal war eigentlich eine Comedy-Einlage. Der Goal musste auskicken, trifft der Santini irgendwie am Bauch oder am Bein und der Böller-Rot ist das Goal. Das war sehr geil. Das zweite Goal war umso schöner. Irgendwie aus 30 Metern unter den Tatten gehauen. Und ich glaube, im Gegensatz zu dem St. Gallenspiel hat die Zürich überzeugter gespielt. Ich glaube, es sind einfach die Chance, wir nicht gut verwerten. Mein Highlight des Matches war eigentlich, als Miguel und Nils Reichmuth gleichzeitig eingewechselt wurden. Das sind die Brüder. Ja, voll. Das habe ich sehr geil gefunden. Die zwei haben nachher nicht mehr so viel gezeigt, aber trotzdem cool, dass beide, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob der Nils oder der Miguel, einen von beiden, glaube ich, hat es noch nicht gemacht. Also haben beide für Zürich starten können. Ich glaube, es ist der Miguel, weil der Miguel ist doch der, der bei Will gewesen ist. Ja, genau. Das kann sein. Dann dazu hat man die ganze Mannschaft, die zweite Mannschaft spielen lassen können. Dazu hat er noch der Conce Sau, der neu kam von Porto, glaube ich, ist er schon gewesen. Ja. Der Rechtsverteidiger. Und der hat für meine Meinung noch eine gute Figur abgegeben. Auch wenn es nur gegen Retsar Zürich war, hat er doch die eine oder andere Chance kreieren. Und ja, also Zürich ist jetzt ein bisschen überzeugter als St. Gallen-Runde weiter. Ich glaube, Zürich hat in der nächsten Runde die FC Ducke. Ja. Und St. Gallen hat... De Le Mans. Aus dem Jura. Ja, genau. Wo spielen die? Also welche Liga? Ähm, Promotion. Promotion League. Ja, voll. Die sind gerade in Promotion League aufgestiegen. Ähm, dazu hat es aber auch noch ein, zwei spannende Resultate gegeben, die vielleicht ein bisschen ausgeglichener sind, schon in der zweiten Runde. Du meinst, ähm, von der Auslösung? Ja, von der Auslösung, genau. Ähm, Rappi gegen Ivanov ist sicher ein bisschen spannender. Oder auch Anragen gewinnt. Das wird sicher ein verdammt geiles Spiel. Ähm, dazu kommt noch Gesammerks gegen IB. Kannst vielleicht ein bisschen mehr diskutieren. Vielleicht ein Fight von den schönsten Trikots. Von den, äh, von den zwei Top-Schweizer Ligenen. Ähm, aber ja, es wird, äh, Thun-Luzern natürlich auch noch. Sion-Guizzi. Also doch, eben, es hat schon die ein oder andere grosser Riebegegnete. Ähm, ich glaube, da werden sich jetzt die ersten Mannschaften vielleicht dann auch mal an den Kopf rangen, wenn man gegen einen tiefplatzierten oder eine Mannschaft aus einer anderen Liga verloren hat. Voll. Ähm, ja, eben, ich habe ein paar Sachen, die mir dazu einfallen und ich noch erwähne. Zum einen freue ich mich mega auf die zweite Top-Runde, weil da die Grossen eben dann zum ersten Mal auf Teams treffen, wo sie auch schlagen können. Ja, ja, voll. Also ich meine jetzt auch Lausanne-Spiel gegen Brühl oder, ähm, äh, was habe ich noch gesehen? Sehr wertspiel gegen Bühl. Irgendwie, weißt du, Promotion-Licht-Teams, ähm, wo du musst sagen, die haben irgendwo eine Qualität, wo oben ist, zum eben, zum wirklich auch grossen Schlaf. Und man muss sagen, es wäre eine unglaubliche Überraschung, wenn Wittnau wie St. Gallen raus, also, die müssen, jeder von, jeder von den Stürmern muss, äh, jeder von den Spieler muss spielen, wenn er noch nie vorher gespielt hat. Ja. Dass sowas kann passieren. Und der Zöner-St. Gallen richtig schlecht. Ja, genau. Ähm, das, was ich noch erwähnen wollte, wo ich einfach, eben, du hast jetzt so ein bisschen angedönnt, es ist eigentlich das, was die Südkurve auch gemeint hat. Äh, es ist der Magic of the Cup. Und Magic of the Cup ist eben genau, dass die Grossen zu den kleinen gehen, auf diesen Fussballplätzen im ganzen Land spielen. Mhm. Und dass es jetzt so ist, dass, äh, dass, äh, Red Star gegen FCZ im Lettier gewesen ist, dass Merin gegen Servet im Staten Schönef gewesen ist, und dass, äh, Breiterein gegen Ibe im Wankdorf gewesen ist. Ich finde das, das ist einfach schade, weil man sieht jetzt genau beim Beispiel in Wiednau, dass es absolut ultrageil kann sein. Eben, ich meine, 6'500 Leute sind eine geile Kulisse für den Kettmatch. Ja. Ich muss mich, glaube ich, anscheinend entschuldigen. Ja. Ich habe mich gerade etwas eingefallen. Red Star war, trotz, ist schon zu Hause gegen Zürich im Lettier. Ja, ja, ja. Also, das ist, glaube ich, also, das ist, glaube ich, es war schon. Ja, es ist eh schon. Es ist eh so. Es ist bei allen so, dass man es mindestens so löst, dass... Ja, ja, ja. Oh, das ist schon so. Ah, okay. Ja, und aber trotzdem... Trotzdem wäre es halt noch viel geiler, wenn es auf ihren Fussballplätzen wäre. Ja, sorry, ich habe dich gehört. Es ist, es ist aber so, dass es häufig, das höre ich mir so ein bisschen, und das ist ja... Es gibt ja schon lange eine Diskussion, die fast in jedem Land läuft, von wegen, ist Göb... Ist der Göb noch modern? Lohnt sich der Göb noch? Blablabla. Und dort, heisst es eben immer wieder, dass... Das ist für die Teams, für die kleinen Teams, so ein riesen Aufwand. Ja, ja. Einen sicherheitstechnischen Aufwand, einen infrastrukturellen Aufwand, dass die ja fast immer Minus machen. Mhm. Also, ich weiss jetzt nicht genau, wie es beim FC Wittnau aussieht, aber... Eben, die haben extra noch Tribünen aufgebaut. Mhm. Und die... Das kostet ganz viel Geld. Und wenn du... Ja, keine Ahnung, so riesen Teams mit ganz vielen Fans, mit grossen Kurven... Ja. Ich meine, wenn die Südkurve kommt, dann musst du als Red Star recht bereit sein. Ja, ja. Da kannst du dann nicht einfach... Auch wenn die an einem Göb... Du willst nichts kaputt machen oder so. Aber du musst die Polizei haben, du musst all das Zeugs haben, du musst schauen, wo die... Wo die durchlaufen, wenn sie vom Bahnhof kommen. Ja. Und du musst all das... All das irgendwie beachten. Und darum gehörst... Du hörst relativ oft, dass... Dass sich das eben für die Kleinen gar nicht mehr lohnt. Ja. Und vor allem für eben so... Ich meine, Wittnau... Ich weiss nicht, ob die schon jemal in so einer Cup-Runde dabei waren und dann eben einen grossen bekommen haben. Mhm. Dann machst du das vielleicht einmal. Aber ich sage jetzt... Red Star ist einer der grossen Kleinen. Ja, das stimmt. Wenn man das so sagen kann... Red Star hat ja sogar schon mehr gegen Zürich gespielt. Mhm. Und dass du dann irgendwann sagst, okay, es ist eigentlich so ein bisschen fast ein bisschen normal, dass wir einen Challenge-Ligist oder einen Super-Ligist rüberkommen. Mhm. Dass das nicht jedes Jahr dir antunst, dass du dann einfach... Ja, fette, rote Zahl in deinem... Ja. In deinem Buch hast, ist ja auch irgendwie... Ja, nachher auch logisch. Aber trotzdem finde ich es einfach schade, weil eben auch Servette... Servette in Mérin wäre sicher deutlich geiler gewesen, als vor 3000 Leuten im Stadion Genève. Ja. Ja, glaube ich auch. Kann ich es unterschreiben. Ähm... Ja, ich weiss nicht... Genau, sogar... Sogar äh... Dings... Es gibt irgendwie noch einen zweiten Sportverein aus Schaffhausen, der SV Schaffhausen. Ja. Die haben in der Performance Arena gespielt. Also... Ah was? Ja. Ich glaube, gegen die habe ich sogar schon mal gespielt. Ah was? Ich glaube, ich glaube. Aber das jedenfalls. Ähm... Als nächstes... Ja. Wollen wir gerne etwas machen, was wir euch vor... Ich glaube, in der vorletzten Folge versprochen haben. Nämlich, wir haben mit so einem Preview gestartet, für Top 5 Ligen. Oder besser gesagt, wir reden einfach ein bisschen darüber, welche Mannschaften wir glauben, dass die jeweilige Ligen gewinnen, welche das absteigen, welche das überraschen, welche das floppen und so weiter und so fort. Ähm... Und... Würde das gerne jetzt auch noch machen mit... mit... der... Serie A und mit der Bundesliga. Die haben ja beide... das Wochenende ihre ersten Spieltag gehabt. Ähm... Ähm... Und... Einfach so ein bisschen... Eben... Unsere Einschätzung abgeben, wer... äh... wäre wie abschneidet. Genau. Ich weiss nicht, ob wir mit der Bundesliga oder mit der Serie A am besten starten. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich um hundertmal besser in der Bundesliga draus. Ja. Ob wir jetzt... wollen mit der Serie A anfangen, dass ich nachher am Schluss noch ein bisschen brillieren kann, wenn alle zuerst schon denken, so... Shit, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Oder andersherum kommt man eigentlich echt nicht darauf an. Bei mir ist es eben genau andersherum als bei mir. Okay. Aber dann fangen wir zu der Bundesliga, komm. Okay. Dann kann ich zuerst brillieren und dann kommst du nachher. Ja. Ähm... Okay, wer wird Meister denn in der Bundesliga? Die... Ja, diese Frage muss man sich eigentlich fast nicht stellen. Weil... Es wäre eine riesige Überraschung, wenn... Bayern München... die Meisterschaft nicht gewinnen würde. Ja. Ähm... Weil... Zum einen haben sie ja letztes Jahr, wo es... Wo man ganz ehrlich muss sagen, dass niemand von den Konkurrenten super gut gewesen ist, sondern einfach Bayern schlecht. Mhm. Sie es trotzdem irgendwie noch geschaukelt, gekriegt haben und trotzdem noch Meister geworden sind. Und jetzt hat man ganz viele, ganz gute Spieler geholt. Am ersten Spieltag... Werder Bremen überrollt. Harry Kane mit Goal und Assist. Ähm... Sané mit zwei Goal und dann... Wer hat noch das andere? Der Coman, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ähm... Auf jeden Fall... Wenn Bayern-Maschinerie zum Laufen kommt... Ich glaube, dann kann sie nie mehr aufhalten und... Und... Dann ist eigentlich fast keine Frage, wer Meister wird. Ja, nein, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Obwohl wir... Letzte Woche, glaube ich... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, dass Leipzig Meister wird. Weil sie ja... Bayern im Super-Göp-Final geschlagen haben. Ich glaube, dass Bayern das machen wird. Ähm... Ich habe auch noch ein bisschen Transfers von Dortmund und von Leipzig angeschaut. Ähm... Weil ich finde so... Im grossen Ganzen hat sie... Vor allem... Äh... Leipzig ein besseres Tanzfenster als Bayern. Ähm... Wirklich? Also ich finde schon... Sind schon noch... Ja, vielleicht nicht. Ja, also... Ich finde einfach, wenn du den Captain der englischen Nationalmannschaft holst... Ja, das stimmt. Und der beste Verteidiger der letzten Saison... Ja, das stimmt. Okay, das ist vielleicht übertrieben. Aber ähm... Wie den Clickbait-Tischl. Spannendere Spieler. Okay. Vielleicht so besser worded. Ähm... Leipzig hat jetzt den Sabitzer und den Meccia geholt. Und den Ben Sabini. Also drei mega coole und wertvolle Spieler, glaube ich. Du meinst Dortmund, gell? Äh, Dortmund, sorry. Dortmund. Äh, jetzt bin ich gerade völlig durch. Ähm... Und momentan... Was ich auch super geil finde, weil der Transe stattfindet... Cole Parmer ist auch noch mega im Gerücht bei Dortmund. Ah, was? Also... Aber ich glaube, es kommt noch etwas auf die Seite an. Oder ob sie noch einen rechten Flug oder nicht holen. Ähm... Und dazu hat BVB einfach mit Jude Bellingham einen riesen Spieler verloren. Mhm. Und ich glaube, der ist wirklich so ein bisschen der Faktor gewesen. Wieso? Dass man sich selber überwunden hat. Und noch auf die Seite gegangen ist. Und nochmals ein Goal hat schiessen. Und ich glaube, das wird BVB einfach so fest fehlen, dass sie... Ich glaube sogar hinter Leipzig werden. Die Meisterschaft werden. Sowieso. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob Dortmund dritten wird. Ah krass. Weil... Und da kommen wir so ein bisschen zu der nächsten von den Kategorien, wo wir durchgehen. Ist ja nach Meister. Das sind Überraschungen. Und da steht bei mir ganz oben ein Team mit einem Schweizer im Herz. Ja. Ähm... Nämlich... Bayer Leverkusen. Ähm... Die haben das Wochenende sich einen absolut offenen Schlagabtausch geliefert mit Leipzig. Ähm... Die haben eine ganz geile Mannschaft angeführt vom Trainer. Also... Der ist trotzdem, auch wenn die Mannschaft mittlerweile auch echt gut ist, noch ein Star zu retten. Und das ist... Das kann, glaube ich, für eine Mannschaft auch sehr, sehr gut sein. Ähm... Leverkusen hat coole Einkäufe gemacht. Und unter anderem eben unseren Nazi-Captain, den Grani Chaka, geholt. Spannend... Fast am spannendsten finde ich aber den Stürmer, den Viktor Boniface. Mhm. Echt erfahren, dass man nicht Boniface, sondern Boniface. Ja. Sagt. Ähm... Was ich recht lustig finde. Der spielt mega gut. Hat zwar noch ein bisschen unglücklich ausgesehen in der einen oder anderen Aktion. Aber äh... Der ist echt eine Maschine. Ähm... Sonst noch Überraschungen. Eigentlich finde ich, hat Augsburg einen riesen Kader. Mhm. Das sagen auch alle Experten, dass Augsburg ist ja immer ins Abstiegsrennen reingerutscht, irgendwie jetzt die äh... Letzt ein paar Saisons. Dass die eigentlich überhaupt nichts sollen mit dem Abstieg zu tun haben, weil sie eigentlich echt ein super Kader haben. Und auch dort einen Schweizer drinnen, der Ruben Vargas. Mit der Schweizer Bühne würdest du sagen, das ist seine Make-or-Break-Season? Ja, sicher. Und er hat jetzt am Wochenende gerade schon getroffen und noch einen Penalty verschuldet. Ähm... Ja, also ich finde, äh... Augsburg, für alle die, die es nicht wussten, Augsburg hat einen Investor dahinter. Jetzt neu seit zwei, drei Saisons. Ich glaube, ein Amerikaner. Ja, genau. Ja, genau. Wo unter anderem den Kauf dazumals von Riccardo Pepi, äh... Ja, keine Ahnung, organisiert hat. Und den hat man ja jetzt wieder verkauft. Mhm. Ziemlich Minus gemacht mit ihm, obwohl man ihn jetzt, glaube ich, für 18 Millionen zu PSV Eindhoven gehen lassen hat. Jetzt haben wir doch irgendwie 25% so etwas Dummes gezahlt. Ja, crazy. Ähm, Augsburg hat aber trotzdem einen riesen Kader mit, äh... Ermedin Demirovic. Exengalen-Spieler, der jetzt Kapitän ist dort. Der Mergin Brahischa... Äh, Berisha, sorry. Ähm... Rex Bidzai, Arne Engels, Arne Meyer. Er hat ganz, ganz viele gute Spieler dort rum. Und ja, sobald Ruben Vargas nicht mehr performt, ist er weg. Und wenn die dann bei Augsburg nicht durchsetzen... Ich weiss nicht, wo du dann hingehst. Mhm, mhm. Voll, und er ist jetzt auch schon von etwa 20. Ja, genau. Auch nicht mehr der Allerüngste. Aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall völlig, wie sagen wir... Völlig d'accord mit... Einverstanden. Mit... 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 Ähm... Schauts. Vor allem mit der Überraschungsmannschaft habe ich auch Leverkusen aufgeschrieben. Ja. Ähm, dort habe ich noch zwei... Ganz schnell zwei Transfers, ähm, wo ich noch vermerke will. Grimaldo darf man vergessen. Ja, absolut. Und Stanisic ausgelenkt von Bayern München. Ja. Finde ich auch noch geil. Ja, genau. Ähm, ich habe noch eine weitere Überraschungsmannschaft. Und wie zu meinem Point-Proofen stehen sie im Moment auf Platz 1 von der Bundesliga-Tabelle. Stattaccount. Dort werden sie nicht bleiben. Werden sie sicher nicht bleiben. Ähm, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass beim VfB Stuttgart eine deutlich ruhigere Saison folgen wird. Mhm. Sollten nicht noch die ganz grossen Abgänge kommen. Also sie haben dort zum einen den Endo verloren. Wie weh wird das tun? Also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Spieler gesehen. Spielst du Stuttgart? Ist das etwas, das den Stuttgart extrem fehlen würde? Der ist Captain gewesen. Gell, ja. Spitznamen Legendo. Also wird es wehtun. Es wird sicher wehtun. Aber ähm, ich sage jetzt spielerisch. Kann man ihn vielleicht irgendwie halt auffangen. Mental ist das sicher einer, der sehr wehtut. Stuttgart hat jetzt gerade noch einen zweiten Spieler verloren. Nämlich ist Mavropanos zu West Ham gegangen. Ja. Einer, der für ganz Europa hätte wollen. Napoli war mal ein Gerücht. Ähm, Stuttgart hat jetzt dafür einen neuen Innenverteidiger geholt. Wie man gehört, es ist noch nicht ganz offiziell. Weisst du, was es ist? Stergio, oder? Yes. Leonidas Stergio vom FC St. Gallen. Eine Laie mit einer Kauf, nicht Option, sondern... Pflicht. Ja, genau. Kaufpflicht von zweieinhalb Millionen. Obligation. Obligation, genau. Ähm, ich glaube, dass Stuttgart könnte... Wir haben jetzt einen guten Trainer. Ähm, wie heisst er? Ich habe vergessen, wie er heisst. Auf jeden Fall, die haben ja in der letzten Saison vier Trainer durchgetingselt. Wir müssen jetzt dort einfach ein bisschen Ruhe reinbringen. Girassi behalten. Borna Sosa behalten. Ähm, und dann könnte das Ganze, ich glaube, ziemlich gut werden. Sie haben jetzt eben... Ähm, Bochum gerade mit 5 zu 0 runtergekontert. Mhm. Ist... Doch ein bisschen überraschend, weil Stuttgart... Zwar jetzt eben am Schluss der letzten Saison... Hoeneß heisst der Trainer. Hat, glaube ich, nicht mega viel mit dem anderen Hoeneß zu tun. Aber ähm... Der ist Ende der letzten Saison dann gekommen. Hat unter anderem ja noch völlig überraschend gegen Dortmund gewonnen. Und echt äh... Gute Matchup geliefert. Und jetzt eben auch da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Dass man eben einfach ein... Bochum ist kein Aufsteiger. Auch wenn sie vielleicht so ein bisschen Ambitionen von einem Aufsteiger haben. Aber sie sind kein Aufsteiger. Und... Zum Tag ab 5 zu 0 runtergekontert er am ersten Tag. Heftig. Voll. Ähm, dann noch kurz... Bevor wir zu den Absteigen kommen. Zum Flop... Von der Saison. Oder die Mannschaft, die wir jetzt denken, wird nicht so erfolgreich sein. Ich weiss nicht, ob das zu einfach ist. Mhm. Aber ähm... Ich habe bei mir den... Borussia Mönch Gladbach ausgewählt. Oh wirklich? Ich weiss auch nicht... Einfach immer, wenn ich die Spiele... Du kommst davon mit voll guten Facts. So... Es ist gut aufgebaut. Sie haben gute Spieler geholt. Aber mir gefällt... Mir persönlich gefällt einfach das Kader von Gladbach überhaupt nicht. Boah... Ich finde... Also zum einen muss man sagen... Gladbach ist letztes Jahr... Was sind sie? Irgendwie... Zwölfter... Zwölfter... 14... Ja, so irgendwas... Heisst... Die einzige Möglichkeit, wie man wirklich noch weiter runter kann... Ist, wenn man in den Abstiegskampf rutscht. Mhm. Das stimmt, hast recht. Ähm... Auch wenn die Ambitionen von diesem Team ganz klar nicht auf... Eben auf Platz 12 sind... Mhm. Tinkt es mir schwierig für... Also der Ceri Seohane und sein... Ähm... Mönch Gladbach... Können eigentlich fast nur gewinnen. Ja... Nein... Was ich eben glaube ist, dass... Viele Leute glauben, dass Gladbach diese Saison wieder besser wird... Aha... Aber ich glaube, dass sie wieder 12. werden... So... Okay... Ich glaube nicht, dass das absteigt, aber... Ich kann mir einfach nicht vorstellen... Also... Ich habe jetzt die Trans-Saison angeschaut... Mhm... In der Dreierkette... Von... von Brest ist er, glaube ich... Ja, genau... Ähm... Plus nachher der Stürmer... Den müsstest du jetzt schnell vorne essen... Weil... Quankhara... Ja, genau... Der hat gerade zwei Goal geschossen... In dem ersten Spiel... Voll... Der ist eine riesige Maschine... Er hat... Äh... Seinte Goal, den er... Wo er geschossen hat... Wir müssen übrigens unbedingt die Highlights schauen... Das ist jetzt 4-4 gegen Augsburg... Mhm... Ähm... Ja, und dazu ist nachher noch der... Weigl gekommen... Was sicher das Mittelfeld etwas verstärkt wird... Aber eben... Ich weiss es auch nicht... Aber ähm... Mein Fussballerherz sagt einfach, dass das nichts wird... Mhm... Dazu hat man auch noch den Benza bei Ijani verloren... Benza bei Ijani... Benza bei Ijani... Das ist mein absoluter Lieblingsspieler gewesen... Neben Manu Coni... Ja... Bei Glatterbach... Ähm... Und Jordan Bayer... Ähm... Ja... Ist auch noch für 15 Millionen zu Burnley gegangen... Ähm... Ähm... Ja... Und dazu... Genau das letzte... Lars Stindl... Ist vielleicht auf dem Platz... Nicht der allerwichtigste Spieler gewesen... Aber sicher neben dem Platz... Sicher... Auch auf dem Platz... Ja auf dem Platz... Ja voll... Also das wird sicher auch wehtun... Er und der Hoffmann, der zu Leverkusen ist... Stimmt, der ist auch noch gegangen... Ähm... Die beiden sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten... Weil es einfach so eine... Achsen ist... Also... Glattbach hätte jetzt jahrelang... Einfach immer über... Stindl und Hofmann... Und... Markus Thüram übrigens... Vorne drinnen... Der ist auch noch gegangen... Ja... Stimmt... Und eben... Das sind so... Keine Begründung... Wieso das... Bei ihnen nicht klappen wird... Aber eben... So wie ich mich kenne... Wird das... Äh... Nicht und die werden die Bundesliga gewinnen... Nein... Also... Oh sorry... Ich sehe... Ich sehe sie... Für Contention... Auf einem... Europaplatz... Also... Sechs oder sieben... Was ist deine Flopmannschaft? Oder was denkst du... Welche Mannschaft? Meine Flopmannschaft... Ich schaue jetzt gerade durch... Weil ich ehrlich gesagt... Nicht mal so viel vorbereitet habe... Ähm... Es ist jetzt relativ einfach zu sagen... Aber für mich ist Werder... Ja... Flopmannschaft... Weil Werder doch mit... Mit Transfers wie Naby Keita... Ich... Fast schon in Europa... Diskussionen... Ihnen... Gehift haben... Und sie stehen jetzt... Auf Platz 17... Eben... Haben jetzt... Ihres ersten Spiel... 4-0 gegen Bayern verloren... Sie sind aber vor allem... Was noch fast mehr aussieht... Aus dem Kopf... Ähm... Haben so ein bisschen Probleme... Ich weiss jetzt... Aber halt nicht... Ja... Keine Ahnung... Es wäre schon... Überraschend schlecht... Wenn... Wenn einer von den... Aufsteiger... Nicht wieder direkt würde... Absteigen... Dann können wir nämlich... Ja genau... Denkst du also... Dass... Darmstadt und Heidenheim... Direkt wieder runter... Es wäre eine riesen Überraschung... Wenn nicht... Und trotzdem sage ich... Dass Bochum... Und Heidenheim... Direkt runter... Und Darmstadt... In die Relegation geht... Weil... Ähm... Ja... Keine Ahnung... Es bleibt... Wie nicht... Mega viel anderes übrig... Weil wenn man den Kader... Und alles anschaut... Auch wenn sich Heidenheim... Und Darmstadt Mühe geben hat... Muss man doch sagen... Der hat einen riesen... Einen riesen Qualitätsunterschied... Zu den anderen Mannschaften... Die... Unten drauf von der Tabelle... Könnten sein... Also wenn man jetzt zum Beispiel... Eben Werther... Mainz... Augsburg... Hoffenheim... Köln... Mhm... Also das sind... Das sind ganz andere... Sphären... Wo diese Teams drin sind... Ja... Nein... Ich stimme dir da... Wirklich zu... Ich habe auch Heidenheim... Und... Bochum... Direkt runter... Und Darmstadt... Die Delegation... Und eben... Schon nur mal... Wenn man... Die Marktwertdurchschnitt anschaut... Die Heidenheim ist die einzige Mannschaft... In der Bundesliga... Die unter einem... Schnitt von einer Million hat... Also... Das ist dann schon noch... Also ich bin jetzt nicht einer... Wer die Spiele... In einem Marktwertigen... Ähm... Bewertet... Aber das ist dann schon noch... Recht heftig... Vor allem... Ja... Ich glaube auch nicht... Dass man sich da jetzt noch... Mega verstärkt wird... Auch nicht über den Winter... Und... Darum wird man da sicher... Direkt runtergehen... Könnte man da so ein bisschen... Welche Mannschaft ist es gewesen... Die Darby County... Die irgendwie mit... 10 Punkte oben ist... Oder mit 9... Ja... Das könnte ich mir gut vorstellen... Ich glaube zwar schon... Dass Heidenheim und Darmstadt... Ihre Punkte machen werden... Vor allem... Wegen einem Fakt... Sie sind zwei von den... Standardstärksten... Mannschaften... Von der letztjährigen... Zweiten Bundesliga-Saison... Mhm... Das vor allem auch... Weil man ganz viele... Grosse Spieler hat... Und... Darmstadt jetzt glaube ich... Vier oder Fünf Spieler geholt haben... Die über 1,85 sind... Geil... Ähm... Brexit means Brexit... Ja genau... Heidenheim hat ja... Der ultimative Brexit... Mit... Means Brexit... Stürmer vorne drin... Nämlich den Tim Kleindienst... Mhm... Ähm... Ähm... Könnte solche Sachen... Genau entscheidend sein... Voll... Ähm... Ja dann ist das... Würde ich sagen... Unser Bundesliga-Preview... Obwohl das schon gestartet hat... Voll... Ähm... Meister... Denken wir es... Bayern wird... Abstieger... Bochum... Dortmund oder Darmstadt... Ich hätte noch einen kleinen... Dortmund? Hast du ja gerade... Dortmund? Heidenheim... Heidenheim... Dortstadt oder Bochum... Ja genau... Ähm... Wo siehst du die? Ich habe es im Falle überlegt... Ähm... Ich glaube... Also jetzt meinst du das Europäische... Oder meinst du einfach in der Bundesliga? In der Bundesliga? Sowohl... Ja... Mehr Bundesliga eigentlich... Also ich... Ich glaube im Fall... Union... Wird... Wieder recht gut abschneiden... Mhm... Dritten... Vierten... So ein bisschen... So ein bisschen... Ähm... Bei... Bei Freiburg bin ich mir nicht ganz sicher... Ähm... Sie haben zwar... Wieder die ein oder andere gute Spieler geholt... Spannende Spieler... Nisjamburg hat verloren... Ich glaube sie hat ihnen richtig wehtut... Ähm... Nein... Witz... Sorry... Ähm... Ich weiss auch nicht... Ich sehe es bei Freiburg weniger... Dass sie wieder so erfolgreiche Saison haben... Oder... Ich glaube sie kommen auf einen europäischen Platz... Aber ich glaube so knapp... So... Okay... So... So... Ja gut... Aber das wäre ja irgendwie... Für Freiburg immer noch... Und bei ihnen könnte ich mir vorstellen... Dass sie wieder mal irgendwie in ein Scope-Final kommen... Wie... Letztes Jahr... Und vorlet... Vorletes Jahr doch auch... Oder vorletes Jahr... Sie haben ja mal gegen... Leipzig verloren... Und einmal gegen... Oder war es... Letztes Jahr... Gegen Leipzig haben sie im Halbfinal verloren... Oh es war im Halbfinal... Stimmt... Stimmt... Ähm... Ja aber eben... Ich glaube dass beide Mannschaften... Wie die Europäer arbeiten... Aber letztes Jahr sind sie auch nicht... Ne... Letztes Jahr sind sie... Sind sie auch im Halbfinal... Weil letztes Jahr... Letztes Jahr ist Leipzig... Frankfurt... Ah genau... Dann war es im Halbfinal... Ähm... Dann war es Leipzig... Freiburg mal in einem Final... Vor ein paar Jahren... Ja... Und nachher Leipzig... Freiburg im Halbfinale... Genau... Ähm... Ja... Nein... Ja und wie siehst du... Mit Union und Freiburg... Ich bin gespannt... Eben wie du dann jetzt gefühlt... Dass Union sich... Krass verstärkt hat... Krass auch... In die Breite verstärkt hat... Ja voll genau... Mit jetzt... Zwei riesen Transfers noch gemacht... Ganz am Schluss... Oder... Jetzt halt kurz bevor die Saison angefangen hat... Mit Kevin Vorland... Und Robin Gosens... Mhm... Wo... Ja also ich weiss nicht... Ob der Vorland... Über 90 Minuten könnte... Von Anfang an spielen... Aber äh... Zum den jetzt... Von der Bank bringen... Hat ja gestern auch noch ein Goal geschossen... Nein... Vorlage... Vorlage... Ähm... Sicher... Einer der Main-Men... In der Saison bei Union... Wird äh... David Atropofana... Mhm... Der hat richtig krass gespielt gestern... Mhm... Riesenspieler... Riesenspieler... Ja... Riesenspieler... Ähm... Ja... Riesenspieler... Ähm... Und ja... Die Mannschaft sieht jetzt langsam echt so aus... Wie wenn man denen sogar in der Champions League... Äh... Ein bisschen weiterkommen könnte... Zutrauen ein bisschen... Und ein bisschen... Wer sie in den Gruppen überkommen... Mhm... Aber ähm... Ist krass... Wie sich die Mannschaft entwickelt hat... Mhm... Weil... Ich habe jetzt gerade letztens... Ein Foto gesehen... Ein Fan... Der hat... Ein Liebling daheim... Von Union... Mhm... Mit dem Patch... Dritte Liga drauf... Ja... Nachher 1-2-Liga... Bundesliga... Dann... Dann Conference League... Dann Europa League... Und jetzt neue mit der Champions League... Crazy... Das ist unglaublich... Voll... Voll... Was die... Ja... Das ist wie so eine Leicester-Story... Ja... 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 Vor allem... Weil er sie zum ersten Mal in die Bundesliga gebracht hat... Crazy... Und jetzt spielen sie den Champions League... Und jetzt spielen sie den Champions League... Und jetzt spielen sie den Champions League... Crazy... Das ist so krass... Ähm... Ja voll... Dann würde ich sagen... Gehen wir doch noch... Schnelle Liga weiter... Yes... Serie A... Dort habe ich mich vielleicht ein bisschen... Ein bisschen mehr vorbereitet... Also... Aber ich sage einfach mal... Was ich mir gedacht habe... Und du kannst dann noch sagen... Ergänze andere Mannschaften... Wie auch immer du hättest... Ähm... Aber ich würde sagen... Am besten fangen wir gleich bei den Favoriten an... Und dort habe ich zwei Mannschaften... Die ich wirklich so ein bisschen als Favoriten sehe... Und dann noch dritte... Die allenfalls... Ähm... Noch etwas zu melden hat... Aber ich fange jetzt mal mit den... Klaren Favoriten für mich an... Napoli... Ja... Ähm... Haben zwar den Kim Min Jae... Natürlich an Bayern München verloren... Aber... Haben den Ossimen... Können behalten... Und den Quara... Bis jetzt... Ähm... Können behalten... Das sind zwei Spieler... Die unglaublich wichtig sind... Für die Mannschaft... Natürlich hat man den Trainer verloren... Das ist noch etwas... Was wehtun wird... Wird jetzt neue... Italienische... Genau... Ähm... Aber... Hat sich aber auch recht... Verstärken... Ähm... Bei dem Rasparadori... Ähm... Giovanni Simeone hat mich auch... Fix verpflichtet... Ähm... Und noch ein bisschen... Junge Talente... Ähm... Ja... Brasilien und Frankreich... Ähm... Und hat jetzt wirklich noch... So ein bisschen... Die Core, die sie haben... Sind auch relativ junge Spieler... Die sich immer weiter... Weiterentwickeln... Und ich sehe einfach keinen Weg... Daran vorbei... Dass sie die Meisterschaft... Ginnen... Okay... Ja... Dann die zweite... Mannschaft... Wo... Ich... Das Gefühl habe... Eine kleine Schau... Oder willst du noch ein bisschen... Apoli sagen? Ja... Ähm... Weil ich habe... Der Cascius... Sicher... Ähm... Findet ihr einen riesen Transfer? Der VHM... Ja genau... Und dann... Was war denn das gewesen? Der... Gabriele Fabari ist noch gekommen... Der Nathan von Brasilien... Das sind die zwei Einsen... Ist denn das nur ein Gerücht gewesen vielleicht? Irgendetwas... Der Lindström... War noch ein langes Gerücht... Von Frankfurt... Ich weiss nicht... Ob das noch etwas war... Ich habe etwas gesehen... Und habe gedacht... Jowa... Das wäre ja richtig crazy... Aber ähm... Rede mal weiter... Ich suche... Ähm... Was vielleicht noch etwas... Ganz gewundert... Der Gabri Vega... Von... Selta Vigo... Der wäre richtig krass... Genau... Ja das wäre wirklich krass... Vor allem... Stürmer... Ja... So ein offensiver... Ja... Voll... Ähm... Dann zu der Mannschaft... Wer von meiner Meinung nach... Eine kleine Chance hat... Um den Meistertitel zu holen... Ist Lazio... Ja... Hat zwar... Natürlich... Demin Linkovic... Savic verloren... Nach Saudi-Arabia... Hat... Recht viel Geld dafür gemacht... Ähm... Aber sonst... Megaspannende Einkäufe... Einkäufe meiner Meinung nach... Ganz vorne... Voran... Der Castellianos... Der, der letztes Jahr... Für... Cirona... Vier Goal gegen Real Madrid geschossen hat... Haben sie jetzt verpflichten... Dann... Der Kamada... Von Ablöse für EFA Frankfurt gekommen ist... Der Ovella... Den ich einen super geilen Spieler finde... Der von Juve ausgeliehen wurde... Ähm... Und dann noch zwei kleinere... Spiele... Die man vielleicht noch nicht so kennt... Aber... Der Gustav Isaacsen... Ich weiss nicht ob das etwas sagt... Der ist von... Mitjylland... Ähm... Hat dort... In der... Relegationsrunde... In zehn Spielen... Neun Goal gemacht... Und sechs Assists... Also... Wahre Ausbeute... Ist mitjylland in die Relegationsrunde gekommen? Ja... Letztes Saison... Ähm... In der Europa lag... Ich glaube... Ein paar... Acht Totoerbeteiligungen... Ähm... Den konnte man für zwölf Millionen holen... Ähm... Und ich glaube das ist jetzt eine recht coole Verbesserung... Ähm... Ja... Ich glaube auch... Dass Napoli wieder könnte Meister werden... Ich glaube... Nicht so schlecht dran bin ich... Ja... Nein... Ich glaube einfach... Dass sie zu überraschend... Letztes Jahr Meister geworden sind... Ah... Dass man... Dass man muss davon reden... Dass sie wieder mühender Meister werden... Fair enough... Weil... Ja... Keine Ahnung... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies... Aber ich habe jetzt gerade bei Spielern wie... Ähm... Quara vor allem... Das Gefühl, dass er sehr streaky ist... Also... Kann auch sein... Dass der diese Saison 3 Goals und 2 Assists macht... So... Second Season... Ja genau... Es ist halt... Der hat... Der ist aus dem Nichts gekommen... Und hat letztes Jahr gespielt mit Messi... Ja voll... Und ich glaube halt eben... Dass der... Dass das genau so schnell wieder kann... Auf die andere Seite gehen... Das kann sein... Beim Osimen habe ich aber das Gefühl nicht... Ja genau... Darum habe ich ihn jetzt extra nicht erwähnt... Weil ich auch nicht das Gefühl habe... Dass der Osimen so wird... Ähm... Ja... Bei Titeln... In... Italien musst du fast... Zwangsläufig aus... Ein oder andere... Ähm... Mailand Team mit innen nehmen... Ich glaube... Dass Inter... Ähm... Sich... Wieder gut gemacht hätte... Das ist noch lustig... Ich kann es in einer anderen Sparte nach... Fair enough... Ich glaube aber vor allem... Und das liegt jetzt nicht nur daran... Weil ich das Lieblie von ihnen an habe... Aber ich glaube... Dass der AC Milan... Tendenziell... Oder eventuell... Eine Mannschaft... Eine Mannschaft... Zusammengebaut hat... Wo... Wo vielleicht einiges könnte anbringen... Ja voll... Ähm... Aber auch... Ähm... Spieler von... Zum Beispiel von... Alkmaar... Ähm... Nämlich... Der Reinders... Oder eben... Pulisic... Stucuese... Luca Romero... Ähm... Ähm... Ja... Der Junus Musa... Der Ruben Loftus-Cheek... Der übrigens... Ein Hattrick gemacht hat... In meiner Vorbereitungsspiel... In mir... 20 Minuten oder so... Aber der... Ich glaube... Der... Wird richtig gut werden... Weil der ist so ein... Pogba-Type-Spieler... Und... Solche Spieler brillieren immer in der Serie an... Ähm... Also der ist... Der ist richtig ballstark... Zweikampfstark... Kann gut schiessen... Kann gut passen... Also... Ja... Das wird glaube ich... Ein schön spannender Transfer... Ich glaube... Dass man... Milan... Sicher muss auf der Rechnung haben... Stimmt... Äh... Die Überraschungsmannschaft... Mhm... Die ich noch anmerken... Ist... Und das... Obwohl sie wahrscheinlich... Mit Abstand... Besten Spieler von der letzten Saison... Verloren haben... Für mich... Eventuell... Atalanta-Bergamo... Mhm... Sie haben den... Heulund müssen gehen lassen... Wieder... Äh... Ja... Einfach... Keine Ahnung... Riesen Transfers... Von... Von... Atalanta... Man hat den... Rasmus Heulund... Dazumals von Sturm Graz geholt... Für irgendwie 15 Millionen... Jetzt der für 75 Millionen... An United weitergegeben... Hat... Äh... 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 Man hat jetzt... Ziemli dort gesehen... Hey... Die holen einfach... Jeder Offensivspieler... Wo sie irgendwie können... Hatte gesehen... Oh... Das könnte jetzt genau... Die Chance sein... Für uns... Jetzt hätte man... Charles... De Cattellere... Auslehnen... Was ich einen... Super... Gescheiten... Transfer finden... Weil man den nachher... Kann behalten... Eventuell... Für irgendwie... 20 Millionen... Mit... El Bilal Touré... Almeria... Gianluca Scamaca... West Ham... Plus... Hatte man... In der Verteidigung... Also... Auf der linken Verteidigungsseite... Seat Colasinac... Ablösefrei... Von Marseille... Der wird wahrscheinlich... Eher Innenverteidiger spielen... Und... Der Mitchell Backer... Von Bayer Leverkusen... Oh ja... Also ich finde... Das sind wirklich... Ich glaube... Wenn du... In Footballmanager... Würdest... Atalanta übernehmen... Dann könntest du... Je nachdem... Genau die Transfer... Gemacht haben... Was ich jetzt machen... Und das... Ist... Nicht immer... Ein gutes Zeichen... Aber manchmal... Ich finde... Die Mannschaft... Die Europäisch spielen wird... Dank dem... Dass Juve... Aus... Der Conference League... Ausgekalt ist... Ähm... Ja... Ich glaube... Das könnte noch... Funktionieren... Das ist... Coole Mannschaft... Ich hatte gar nicht... Auf dem Schirm... Ich habe als Überraschungsmannschaft... Roma aufgeschrieben... Ja... Ich habe mir letzte Woche... Schon darüber gesprochen... Die vier Spiele... Die wir jetzt geholt haben... Mit Paredes... Indica Auar... Und... Renato Sanchez... Ich finde... Hure geil... Dass man die... Ähm... Es sind ja... 2016 worden... Letztes Jahr... Ich sehe da vielleicht... Jetzt einen Champions League... Platz... Für sie... Ähm... Die Saison... Ähm... Etwas... Was noch Sorgen können... Bereiten... Bei Roma... Ich weiss nicht... Wie wir mit ihm umgehen... Ähm... Abraham ist verletzt... Bis Anfang nächstes Jahr... Ähm... Ähm... Der Belotti... Finde ich jetzt... Nicht wirklich überzeugend... Ähm... Und der Dybala ist... Ein bisschen hängende Spitze... Darum... Ich glaube... Wenn man da jetzt... So einen guten Stürmer... Kann holen... Ähm... Ähm... Überwartungen... Aber... Sind immer noch nicht überzeugt... Von Insagi... Und von den Owners... Vor allem... Ähm... Oder besser gesagt... Vom Präsident... Steven Jung... Heisst er glaube... Ähm... Ein Innenverteidiger... Ja... Wo... Ich weiss nicht mehr... Ähm... Irgendwohin... Er ist... Er ist ein Deutscher... Aber er ist... Nicht in Deutschland... Dann jederfalls... Von Aarhus glaube... Ähm... Dann der Fratesi... Wo mir mega gefällt... Und... Der Acerbi... Ein 35-Jähriger... Dann dazu noch... Der Thuram... Und der Quadrado... Der Quadrado auch irgendwie 35 ist... Und der Natovic... Der auch irgendwie 35 ist... Also ein Satz... Für den Tscheco... Und... Also... Ich bin wirklich... Nicht überzeugt... Von der Mannschaft... Dazu hat man noch... Den besten Goalie verloren... Von... Der Serialist Saison... Meiner Meinung nach... Der Onana... Und dazu... Der Brozovic... Ähm... Ich sehe einfach nicht... Dass sie... Den Erwartungen... Gerecht werden... Ähm... Von... Ehm... 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 Und... Dass man sich da nicht irgendwie... Wieder an dem Erfolg... Ähm... Ähm... Wären... Ähm... Wären... Ihnen nicht in Punkte abzogen worden... Ich finde... Es kann einfach einem Team auch nicht wirklich gut tun... Wenn... Ähm... Die Fans auf den Platz gehen... Demonstrieren... Gegen... Ehm... Ein allfälliger... Transfer von... Romelu Lukaku... Es ist immer noch... Recht offen... Was passiert... Mit... Äh... Zum Beispiel... Dushan Vlaovic... Und sonst... Ich meine... Dass man... Mit Rabiot in den Startlevel spielt... Zeigt für mich... Dass Juve weit weg ist... Von einem Top-Klub... Ähm... Hätte zwar den Timothy Weha geholt... Was ich einen recht coolen Transfer finde... Und... So langsam hat man auch wieder das Gefühl... Dass Federico Chiesa dort herkommt... Wo er vor seiner Verletzung war... Trotzdem... Keine Ahnung... Ein Mittelfeld... Ein zentrales Mittelfeld... Mit... Miretti... Locatelli... Und Rabiot... Mhm... Finde ich... Ganz, ganz schwierig... Ähm... Hat auch auf der Bank... Eben... Viele Spieler... Die weit weg sind... Von dort... Wo sie eigentlich müssen sein... Also... Ein Pogba... Wo er dort noch rumgurkt... Dann Philipp Kostic... Wo er rumgurkt... Daniele Rugani... Wo... Ich weiss nicht wie alt der schon ist... Eine Cardio Schmelig... Wo man... Ja... Keine Ahnung... Ich habe einfach das Gefühl... Dass Juve... Seit Jahren... Ganz viel falsch macht... In der Kaderplanung... Mhm... Und... Ähm... Und doch hätte man eigentlich... Coole junge Spieler... Wenn man mehr auf diese setzen... Dann würde das vielleicht... Ein bisschen besser laufen... Mhm... Ja... Keine Ahnung... Ja... Ich glaube... Bei Juve... Wie du gesagt hast... Ich glaube... Ein bisschen... Wie soll man denn... Stehen... Er wird es eine gute Saison... Oder nicht... Wenn der Pogba da spielt... Oder nicht... Oder ob er sich aufraffen kann... Um sich wirklich wieder... Ein bisschen... Seine Karriere... Die Ehre... Von seiner Karriere... Zu verteidigen... Und einfach nochmal... Wirklich... In seine Top-Form zurückkommt... Er wird sich jetzt... Nie aufraffen... Ich glaube... Ich muss eigentlich... Ehrlich sagen... Ich bin wahnsinnig überrascht... Dass der Pogba... Noch bei Juve... Und nicht schon in Saudi-Arabia spielt... Das hat er im Fall... Gleich mal gesagt... Irgendwie... Dass er... Wirklich will... Bei Juve... Die Saison... Weil er einfach... Letzte Saison... Die ganze Zeit verletzt ist... Und so ein bisschen... Sein Standing... Nicht verlieren will... Was er bei den Fans hat... Bei Juve... Also ich hoffe wirklich... Dass es klappt... Weil ich finde... Einer der geilsten Spieler... Von unserer Generation... Ja... Aber... Einfach... Für das... Wie lange er spielt... Sehr wenig... Sehr wenig Highs... Also... Immer mal wieder... Vielleicht... Auf Klubebene... Aber ich finde... So international... Also bei Frankreich ist er... Ich kann nie... Schlecht gut sein... Für ihn bei Frankreich... Möglich? Ja... Also ich bin... Nein... Also er ist immer... 6 WM... 6 EM... Immer... Einer der besten Spieler... Aber jedenfalls... Gehen wir eins weiter... Hat er überhaupt gespielt... In der letzten WM? Nein, nein... Aber wenn er gespielt hat... Für Frankreich... Dann ist er gut gewesen... Dann gehen wir eins weiter... Wer geht runter... Ich glaube für beide... Für uns ist es schwierig... Aber... Ich habe... Monza... Frosinone... Wo gerade... Beides Aufsteiger sind... Und Gagliari... Nein... Monza ist nicht... Ah ja... Frosinone heisst er... Die sind in jedem Fall... Und Gagliari... Ähm... Dann kommt ihr noch... Ich hoffe, dass Genua hier oben bleibt... Schon nur wegen dem Hefti... Wo ihr dann dort spielt... Übrigens hat... Genua finde ich auch noch cool... Der... 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 Der italienische Nazi gespielt hat... Vor kurzem... Aber von Argentinien... Also in Argentinien aufgewachsen ist... Sie haben ihn geholt... Mhm... Von... Tigres... Irgendwo in Argentinien... Ähm... Tigres ist Mexiko glaube ich... Oder Mexiko... Ja, kann sein... Jederfalls... Ich glaube das ist noch ein cooler Stürmer... Und dazu haben sie auch noch den Strothmann zurückgeholt... Einer von den... Iconic Mittelfeldspielern... Ähm... So ein Bamm... Ein Bamm... Genau... Aber ich... Ich hoffe wirklich, dass bei Genua... Was Genua hier oben bleiben... Mhm... Ich weiss nicht... Hast du auch noch irgendeinen Schalt? Boah... Es ist... Ich finde es ist sehr schwierig... Weil ähm... Keine Ahnung... Ähm... Die Serie A hat für mich... Viele Teams, die sehr weit abfallen... Für das, dass man zwar viele Teams hat... Die Meisterschaft mitspielen... Also es sind ja realistischerweise... Wirklich irgendwie 5, 6 Teams... Die Meisterschaft mitspielen... Es sind mindestens genauso viele... Die absteigen... Ja... Ob es jetzt... Udinese... Keine Ahnung... Sassuolo... Genua... Monza... Frosinone... Empoli... Galliari... Verona... Lecce... Ich meine... Alle die Salernitana... Müssen sich auch nicht... Wundern... Wundern... Wenn sie jetzt... Anball gehen... Keine Ahnung... Ich sage... Udinese... Ich sage Empoli... Und ich sage Frosinone... Fair enough... Das ist jetzt einfach... Dann haben wir jetzt eigentlich... Unsere Serie A... Plus Bundesliga-Preview... Fertiggestellt... Mhm... Ich freue mich sehr auf die... Vor allem... Ich würde wieder... Serie A wieder um einiges mehr... Schaue es wahrscheinlich... Als Bundesliga-Saison... Weil ich einfach... Inter suche in meinen zweiten... Nein, meinen zweiten Verein... Das kann man nicht sagen... Aber ich... Ich würde sagen... Was ist Manchester United? Dein Erster? Wo ist Zürich? Das müssen wir eine... Separate Folge machen... Das ist noch... Die Beziehung zu beschreiben... Das ist noch recht schwierig... Nein, nein... Ich meine es nicht so... Dass Inter eine zweite Mannschaft ist... Aber ich schaue sie gerne... Weil sie einfach jetzt... Schon seit ein paar Jahren... Eng verfolgen... Und äh... Ich finde auch den Barelan... Genialer Spieler... Aber ich hoffe... Dass es nicht so schlecht kommt... Wie ich es previewt habe... Aber ja... Ähm... Dann würde ich sagen... Kommen wir noch zu unserer letzten Rubrik... Kennst du noch? Genau... Ähm... Willst du anfangen? Yes... Ich habe einen Spieler... Wo glaube ich... So im Nachhinein... Ziemlich einfach ist... Ähm... Er hat seine Karriere... Bei... Äh... Klub... Renato Cesarini... In Argentinien angefangen... Mhm... Ich nehme jetzt nicht an... Dass der der Klub... Aber der nächste... Leider nicht... Der Seite garantiert... Etwas nämlich... Riebeplatte... Ja... Und er hat... Bei Riebeplatte gespielt... Von 2001... Bis 2003... Bis er nachher... Den grossen Wechsel... Für 5 Millionen... Zum FC Bayern München gemacht hat... Ja... Und dort... Er hat er gespielt... Von 2003... Bis 2011... Unter anderem... Sicher mal... In einer Champions League... Finale gewesen... Ich weiss nicht... Ob er dann auch mal gewonnen hat... Ich glaube... Nicht... Ein Argentinier... Ein Argentinier... Ähm... Er hat... Bei Bayern gespielt... Ist dann... Gewechselt... Für 3 Millionen... Zu Malaga... Ich würde jetzt... Spontan sagen... Er ist so gerne... In dem Malaga-Team... Wo... Eben da zumal... So... Ist dann... Von Malaga... Ablösefrei... Zu Atletico... Gewechselt... Und... Nur gerade... Zwei Monate später... Ist er weitergegangen... Nämlich zu... Manchester City... Ähm... Ja... Keine Ahnung... Bitte schaue ihn auf YouTube... Vorbei... Nur um einen Augenblick... Sehen... Was er jetzt gerade gemacht hat... Äh... Er ist bei Manchester City... Ist dann weitergegangen... Zu Espanyol Barcelona... Oh... Ja... Ist von Espanyol... What? Du bist jetzt wegen... Espanyol Barcelona draufgekommen? Ja... Weil er ist von City... Ja... Dann ist er zu Malaga nochmal... Und hat dann 2017... Ja... Seine Karriere... Beendet... Ähm... Er ist... Argentinisch... Italienischer Doppelbürger... Hm... Hat aber für die Argentinische... Nationalmannschaft gespielt... 51 Spiel... Zwei Goal... Ja... Ist nämlich ein Innenverteidiger... Ja... Für mich... Ein bedeutsamer Teil... Von so ziemlich schlechtesten... Innenverteidiger-Duo... Den ich je gesehen habe... Äh... Mehr dazu dann später... Ähm... Er ist ein krasser Typ... Er hat einiges gewonnen... Nämlich mit Bayern... Viermal... Deutscher Meister... Äh... Viermal... Deutscher Pokalsieger... Er ist zweimal... Liga Pokalsieger... Mit City... Worte... Und einmal... Englischer Meister... 2014... Nämlich... Ähm... Er ist jetzt Trainer... Von... Einen von seinen... Ehemaligen... Klubs... Du kennst noch, hä? Weisst du so... Dass ich ihn noch... Und das werde ich... Nie mehr vergessen... United gegen City... Mhm... Marcus Westford... Glaub ich... Sein ersten... Ja... Ja... Es geht ihm vorbei... Macht ihm ein Olli... Der kippt einfach nur noch so um... Wie der Boateng... Und er hat... Martin De Michelis geheissen... Yes... Das ist wirklich... Eines der besten... Goals... Von ihm... Das... Von Rashford auch... So ein... Geil... Ich glaube das war sein... Erste Derby... Das war dort... Und er hat... Eines der ersten... Deppis irgendwie ein Goal gemacht... Aha... Ja... Er ist... Europa League... Premier League... Aber ja... Geiler Spieler... Geiler Spieler... Champions League... Finale 2009... Oder 11... Bayern gegen... Inter... Mailand gespielt hat... Zeh... Zeh... Also zum einen... Mit Hans-Jörg Butt im Goal... Der ist schon mal... Ein ziemlich ein Bum... Und er hat nachher... Vor allem... Die Innenverteidigung... Von Daniel van Beuten... Und Martin De Michelis... Und Linksverteidiger... Hat Holger Badstuber gespielt... Alte... Mit dieser Backline... Zum Glück... Er hatte auf der rechten Seite... Philipp Laum... Wo alles zusammengehebt hat... Aber sonst... Luzern Legend... Luzern... 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 Holger Badstuber... Ähm... Gut... Ich habe einen Schweizer... Oh... Der ist bei GC gross geworden... Äh... Dann... 2003... Dann 2003... Ist es in Angolia? Oh... 2003 zu Thun gewechselt... Dann zurück zu GC... Mhm... Also ist ausgelenkt worden... Besser gesagt... Und ist dann für 2 Millionen nach Russland... Zu Lokomotiv Moskau... Gewechselt... What? Dann wieder zurück zu GC ausgelenkt worden... Kurz vereinslos gewesen... Dann zu Olympiakos Pereos... Zu Aris... Saloniki... Ablösefrei gegangen... Hull City... Nachher... Jetzt weiss es... Leighton Orient ausgelenkt worden... Dann noch Leicester... Leicester... Genau... Er hat... Ähm... Ein Jahr oder so gespielt... Nein... 5 Monate oder so... Dann zu Everton... Und... Momentan... Spielt er... In Amerika... Bei... LA FC... Genau... Er spielt aber eben nicht wirklich... Nein... Er hat ein Spiel gemacht... Für den Schweizer Nazi... Einmal einen FV Cup... Oder einen Karabau Cup gewonnen... Einmal russischer Pokalsieger... Darf man sich auch nicht vergessen... Ja... Du weisst es schon... Kannst... Kannst du... Yes... Eldin Jakupovic... Stark... 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 Für mich... Ähm... Einfach irgendwie... In meinem Kopf drin... Als einer der ewigen dritten Goals... Der Schweizer Nazi... Äh... Genauso zum Beispiel... Fabio Coltorti... Mhm... Wird wahrscheinlich... Irgendwann... Ähm... Ja... Zum Beispiel... Der Yvonne Vogo wird auf ein ähnliches Standing kommen... Wenn man irgendwann mal zurück auf die Nazi denkt... Äh... Hat die Schweiz das eine Nazi-Match... Wenigstens gewonnen? Das kann ich dir in drei Sekunden sagen... Sie haben nämlich... Also als er sein Deby gemacht hat... Haben sie gespielt... Gegen... Zypern... Ja... Das ist im gleichen Spiel gewesen... Aber der Almen Abdi sein Deby gemacht hat... Ah... Dort haben sie... 4-1... Haben sie gewonnen... Okay... Immerhin... Weil der Yvonne Vogo wird man... Rememberen... Für sein eine Nazi-Spiel... Wo die Schweiz nämlich... In Lugano gegen Katar verloren hat... Äh... Gegen ein Team... Wo alle gesagt haben... Die können nicht mal richtig Fussball spielen... Ähm... Ähm... Ja... Geiler Kennschlosspieler... Eldin Jakupovic... Legend of the Game... Äh... Hoffe... Dass der irgendwann mal... Als Goalie Trainer... In die Schweiz zurückkommt... Ja... Das wäre... Viel zu erzählen... Und der wäre ein cooler Gast... Voll... Definitiv... Ähm... Das wäre es gewesen... Mit... Nur 1-20... Eine kurze Folge... Ähm... Nein, sorry... Die letzte war nur... Ja, genau... Ähm... Ich hoffe... Ihr habt viel Zeit zum Fussball schauen... Ich habe jetzt endlich... Nach dem Wochenende... Auch wieder mehr Zeit zum Fussball schauen... Ähm... Wünsche viel Spass... Mit all dem... Was läuft... Und wir hören uns am... Nächsten... Mittwochmiddag... Oder vielleicht am Freitag... Oder vielleicht am Samstag... Wir wissen es noch nicht genau... Ihr wissen es auch nicht genau... Und das ist doch irgendwie... Das... Coole... Das ist genau das... Was man bekommt... Wenn man Spitzkugeln abonniert... In dem Sinn... Tschau zäme... Tschau tschau...